Schade, schade. So, ein Part mach ich noch. Dann ist es erstmal in, ne? Kotz, ey. Komm, los. Oh, Bonus-Event. Okay. Wenn du meins. Wenn du meins, wenn du meins. Acht Sekunden hab ich vom ersten Platz getrennt. Ist schon einiges, wie ich find. So, dahin geh ich jetzt. Ja, genau. Ja, ich weiß. Für längere Drifts gehst du erst vom Gas ab und gib dann Vollgas. Und ich weiß wieder nicht, welche Runde dat ist. Achso. So wat wahrscheinlich, ja. Wo hinten wat rauskommt. So wat liebe ich. Kam aber erst ganz selten. Na, wat is denn jetzt los? Keine Ahnung, wat dat war, Leute. Boah, rotes Fass direkt an mir. Vorbei. Tot. Zerstört. Also, da Ziele sind eigentlich nur die Leute zu überholen. Ja, zack, Punkte. Boah, üble Scheiße. Besonders die roten Fässer, die einen direkt zerstören. Yay. Ich weiche allem aus. Und besonders der roten Fässer. Yay. Und der ist auch Geschichte. Kann man eigentlich vom Lastwagen überholt werden? Ich glaub, die sind dann weg. Und das mit dem roten Fass gerade war total knapp. Wow. Und das war noch knapper. Tot. Scheiße, ey. Ich dreck's nun. Boah. Verdammte Axt. Ah, scheiße. Gut, dass er so viel beschleunigen hat. Das rettet mich schon hier in dieser Runde. Und Zeit bekommt man wohl auch, wenn man welche überholt. Yay. Und wieder Zeit. Ich denke, ich schaff das, wenn ich jetzt nicht allzu scheiße fahr. Du bist Dritter. Ja, freut mich. Und ich seh noch nicht mal, wo... Wo hier was kommt. Nein. Schon zum zweiten Mal. Drei. Zwei. Zwei. Scheiße. Sun Death. Und dann sterbe ich auch noch direkt. Bist. Kacke. Ich hab Sun Death ganz, ähm... Vergessen. Weil da kann man ja dann auch nochmal so lang zocken, bis man einmal stirbt, glaub ich. Schade, schade. Stadtkurs. Ja, okay. 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 Ausweichen und überholen. Vorrangig ist das... Vorrangig ist das Ausweichen, auf jeden Fall. Das ist immer an erster Stelle. Ist ja logisch, weil wenn man nicht ausweicht und getroffen wird, kann man auch nicht überholen. Ey, gibt's Sinn. Ja, bis jetzt war das aber irgendwie zu einfach. Schon drei Leute geholt oder zwei, ich weiß noch gar nicht. Okay, das war knapp. Das war knapp. Wow. Und das war auch knapp. Mehr als das. Ja, genau. Bewerf mich. Und jetzt kommt hier nur so ein Sun Death Teil. Ja, sicher. Doch, ich fahr aber gut bis jetzt. Sogar ziemlich perfekt. Toll. Und da war noch ein Fass. Neben dem roten Fass war noch ein rotes Fass. Ja, genau. Ey. Das ist doch nicht wahr, oder? Also, wenn ihr das nicht kommentiert oder sowas, da... Das würde mich jetzt echt verwundern. Weil das war echt unfair. Dafür habe ich nichts gekonnt. War einfach nur Pech im... Pech im Pech. Genau. So kann man das nennen. Nicht Glück im Unglück, sondern Pech im Pech. Oder Unglück im Unglück. Wie auch immer. Boah, scheiße, ey. Geh bloß weg mit den... Dingern, ey. Boah, ist der ja krass übel. So richtig behindert. Erster. Hahaha. Ich hätte noch weiter gekonnt. Hihihi. Ja, klar. Was ist denn jetzt passiert? Was hat das hier zwar weiß ich auch nicht. So, eine Runde können wir noch. Ich nehme jetzt aber noch irgendwas, weil ich, ähm, noch nicht hatte. Oh, 23.000 mehr als der andere. Jupp. Das nehmen wir. In die Eisen. Für längere Drifts. Boah, geh weg. Mit dem Tipp, äh, Tipp des Jahrtausends ist das. Huah, 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 huah. Ähm, achso, okay. Ein ganz normales Rennen. Ein ganz normales Rennen. Ich halte mich direkt links an den Fetten. Oh, nee. Rechts an den Fetten. Oder, nee. Direkt an die, die da ganz hinten sind. Das ist, glaube ich, besser. Ah, diese Map. Okay, die kennen wir doch. Boah, das war ein Drift. Drifte extra, klasse. Tot. Zermatscht. Egal. Stört mich, ehrlich gesagt, nicht. Weil ich bin sowieso Sippter jetzt. Und kann gleich einen Superpower-Up benutzen. So. Ah, komm, dreh dich mal ein bisschen und ruckel nicht mehr so kacke. Yay. So viel gedriftet. Ich will aber Draft haben. Gib mir Draft. Gib mir Draft. Und in die Kurve rein. Yay. Ja, ein bisschen. Boah, ich kriege ja hier gar nichts. Von wegen, äh, Power-Up-Base-Dinger. Nein, ich aktiviere nichts nur. Nur Rotes. Ja, los. Gib mir die Chance, was Rote zu aktivieren. Ey. Mach hin, ne? Moment, oh. Gleich habe ich keine Lust mehr. Gleich drücke ich irgendwas Blau. Jetzt aber bestimmt. Ich kann mir jedenfalls sehr gut vorstellen, dass das hier ist. Ah, ja, hier ist es. Okay. Okay. Kennen wir doch schon. Ich dachte schon, das kommt runter. Aber wie hätte man... Hä? Was war denn das jetzt? Also, das muss ich mir nochmal im Video angucken. War das jetzt, warte ich ja nicht. Erinnere mich am besten mal dran. Sonst, ich vergesse das sonst. Ich finde den Part wahrscheinlich noch nicht mal. Einfach mal sagen, guck dir bla 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 an. Minute und Sekunde bla 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 an. Wenn das einer machen würde, wäre das nicht... Naja, das würde ich auf gar keinen Fall finden. Da müsst ihr ja ewig suchen. Müssen wir alles nochmal angucken. Und da ich mir meine Let's Plays auf gar keinen Fall angucken will. So allgemein. Stehe ich gar nicht drauf. Ähm. Ist das ganz gut, wenn ihr mir die Zeit sagen würdet. Ist immer noch nicht der Letzte rum, ne? Ah, nach links. Boah, ätzend, ey. Geht denn hier alles ab? Hier explodiert wieder die halbe Welt. Und in die Kurve rein. Ripped it in low. Wo ist denn der Erste? Ach, ich bin der Erste. Ups. Wo ist denn der Erste? Boah, das war gerade ein Fail, ey, mit dem Ersten. Und letzte Runde. Jetzt, komm. Check ein. Yay. Yay. Wow, okay. Jetzt habe ich aber, ähm... Alles voll. Ich kann den Teil aktivieren. Ach, nö. Wow, knapp. Finde ich gut, dass der das hinter mir gemacht hat. Jetzt habe ich noch mehr Ruhe von den anderen. Geil. Hat er mir voll geholfen, der Typ. Los. Los. Nein, 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 nein. Hier kommt ja noch eine Riesenkurve. Okay. Okay. Geradeaus. Und dann... Oh, nach links. Okay, scheiße. Das habe ich ganz vergessen gehabt. Auch wenn ich die Runden schon tausendmal gefahren bin. Wow. Yippiei, yay. Boah, scheiße. Sauber. Scheiße, sauber. Okay. Saubere Scheiße. Achso, da rechts. Ups. Ach, wo ist denn der andere? Den sieht man ja noch nicht mal. Okay, Leute. Ich muss jetzt hier aufhören. Das ist richtig knapp gerade. Ähm... Wir sehen uns beim nächsten Part. Ich werde eure Farbwünsche berücksichtigen. Äh, ja. Bis dann. Obwohl, Moment. Wir gucken uns so schnell die Zeit an. Komm, los. Die Zeit will ich noch sehen. Okay. Geil. Bis dann.